Ein wunderschönes Hallo und Willkommen bei der Xbox One und mit seinen Goldspielen. Dieses Mal zwei Halo habe ich schon gezeigt und jetzt haben wir ein komisches Max The Coast of Border Hood. Ich habe keine Ahnung was das ist und bei diesem Spiel kann ich auch nicht den hohen Hintergrund, die Musik und sonst was laut und leise stimmen. Weil ich finde es ein bisschen laut, ich weiß nicht ob es hinhaut mit meiner Sprache und in-game, ob es sich stört. Ich habe keine Ahnung, kann ich auch nicht einstellen. Und ich habe auch keine Ahnung was das für ein Spiel ist. Ich habe es noch nie gesehen, noch nie gespielt. Aber es ist jetzt kostenlos bis August. Halo Spartan Asult ist ja nur bis Juli glaube ich. Bis 3. Juli. Und dieses Ding hier bis 3. August. Und das werde ich jetzt auch mal zeigen. Vielleicht gefällt es mir ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Okay. Hi Max. Hey. 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 Brother, brother, oh brother of mine. I wish you could be erased from all of time. I wish your traces could be gone from all places. That evil itself could take you away and leave me alone on this very day. Oh God. Pilots! Okay, es ist alles total durchgeknallt. Wir spielen den Max und müssen seinen Bruder, der ist durch ein Dimensionsportal entführt worden, retten. Sein Bruder heißt Felix, soweit ich mitbekommen habe. Und die Grafik ist eigentlich ganz schön. Schön gemacht. Und ich halte ja Halo und dieses Spiel für Arcade-Spiele und die bringen sogar jeweils 1000 G. Also sind das doch keine Arcade-Spiele. Das verstehe ich bei der One noch nicht ganz. Also die Optik ist ganz nett. Na? Okay, eine komische Ansicht wieder. Eine Vorderansicht. Er kann sogar krabbeln. Haha. So, was kann er denn alles? Der Max. Er schreit in der Hilfe. Okay, was hat er? Was kann er denn alles? Ah ja. Also das ist nett gemacht. Ach, für Geld hätte ich es mir nicht runtergeladen. Was ist denn das für Vieh, Alter? Es ist total hässlich. Ich kann es durchziehen. Felix, geh auf! Der komische kleine Bruder da wird von diesem riesen Gollum. Alter! Also ich wäre weitergeflogen, hätte ich mir da rübergeschwungen. Was mache ich da? Und nochmal schwingen! Er hält sich natürlich sofort an der Leiter fest. Sehr... Also Doppelsprung kann er nicht. Sehr nett, das Arcade-Spiel. Oh, das Vieh sieht schon sehr hässlich aus. Seiker. Felix! Wait! Wait! Please, don't! No! Max! No! 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 Help! Help! No! Das ist mein Bruder! Nein! Ich kann ja sprinten! Sprinter, Mann! Ja! Hier kommt es nicht durch! Glaub ich! Ja! Okay! Zu früh gefreut! WTF?! WTF?! Ach, da muss ich hoch! WTF?! Und ich bin tot! Ja! Wie weit zurück?! WTF, Mann?! Also ist schon... Nette Ding! Kostenlos! Sofort runterladen! Und ich finde auch gut, dass auf der Xbox One beide gleichzeitig verfügbar sind! Halo und dieses Max hier! Ich bin ja mal gespannt, was die Microsoft da noch einfallen lässt! Ah! Hoch! Hoch mit hier! Der kommt nicht! Also jetzt spring da rüber! Könnte ich wetten! Nee! Aber ich habe einen Erfolg! Nee! Ein Spielclip! Loll! Ein Spielclip von mir! Finde ich gut, dass die Xbox One automatisch Spielclips aufzeichnet! Und hatte ich bei... Wo war das? Bei... Dead Rising 3 war das! Da machte... Oh! Ich wurde zerquetscht! Der kleine Max wurde zerquetscht! Was... WTF?! 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 Ich hoffe, dass er läuft! Der quetscht! Kann der die Bengel nicht... 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 sprinten! WTF?! WTF?! So! Zweimal sterben reicht! Oh nein! Oh nein! Oh! Musik... Musik da! Ah ne! Hier muss ich schwingen! Huiiii! So Max! Zeig mal was du kannst! Ah! So! Wo sind wir denn jetzt? Oh! Eine Oase! Also die Optik gefällt mir sehr sehr gut! Oh! Oh! Hei, wer macht das jetzt?! Hey, wer macht das? Aha, da hilft mir irgendjemand. Hä? Wer hilft mir denn da? Die Natur? What the fuck? Springt erstmal eiskalt in den Abgrund. Da hätte ich wieder schwingen müssen. So, jetzt bin ich oben. Ein kleiner Wasserfall im Hintergrund. Warte. Warte. Warte, fuck. Ah, ich seh schon. Warte. Fuck. Wie oft ich in diesem Game schon gestorben bin. Wo muss ich denn hier hin? Dip, 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 dip. Ah, hehehe. Auf geht's, Max. Hehehe. I'll tell you how to save the brother. Huh? Let me describe. Hm. Ahem. For centuries I have sheltered this world against Lord Mustasho. Genau so sitzt sie auch gerade da. Hehehe. Genau so sitzt sie auch gerade da. Hehehe. 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 I will grant it my soul. I don't have any weapons. All I have is this old magic marker. Oh, hohoho. That will do very well. Hehehe. Hehehe. Warte. Was soll dat denn? Good luck, Max. das ist krank kapitel 13 sandmeer da sind wir schon weg ziemlich durchgerannt war aber egal war ein erfolg habe ich noch nicht oh your weapon contains my soul only you can wield it max go on pick it up ok gehen wir weiter was dat denn das ist eine interessante idee aber wenn da irgendetwas ein verfolgt man kann sogar schrieg machen kann da nicht ein schild stehen achtung treib sand nein da steht ja kein das ist eine Wut, 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 f**k, wut, ich bin, oh, das ist ein kleiner Ding hier. Egal, ja jetzt bin ich hier vorne wieder. Auf jeden Fall habe ich das Ding hier kalt gemacht, kommt nicht wieder. Warum springt er nicht? Ja, die Stelle verstehe ich nicht ganz. So, komm ich da, kann ich hier irgendwas, ah, da ist irgendwas, aber da ist wieder Treibsand weg, fast wie er innen gerannt, äh, ich verstehe, darf ich nicht so hoch machen, oh, das reicht nicht, oh, das ist in Ordnung. Aha, du! Oh, da hinten. Aha, kleines Rätsel gelöst. ich habe keine ahnung wofür 2 von 75 sammelaufgabe hätte gerade ein bisschen geflucht bin ich fast wieder verreckt er fast darunter gefallen ich glaube das reicht nicht reicht okay hier braucht nicht so hoch müsste reichen supi hui huaah supi so geil aber dass er so ein scheiß Vieh ist verfickte lebende claymore das geht doch nicht so wo muss ich hin wo der fuck aha schieb um dein leben Max und stückchen mach ich noch aber den haben wir genug gesehen vom Max okay da ist bestimmt ja äh what the fuck was die sind da wo klappt ah hm lauf auf mein äh Berg mal sehen ob es klappt ja naa ja 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 das geht dunkel so lalala los komm du komisches ding da du mit ihr jetzt nee ich warte dieses kleine abartige vieh so wie der treibsand wir sind 2800 auge reißen wir das auge noch aus und mit dem auge mache ich hier auch schluss so das war max irgendwas mit border hood hatte ich von gelesen wir müssen die bruder von von ihm retten diesen felix der wurde durch ein dimensions portal entführt aber das werden wir nicht sehen ich habe euch das gezeigt es ist kostenlos für alle xbox worden goldmitglieder und ja holt euch es ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten spiel